Wir sind die CARA GmbH. Ein Familienunternehmen mit Tradition und Visionen. Seit 42 Jahren in Weißwasser in den Bereichen Bad, Heizung, Klima und Fliesen tätig. Seit 2004 mit unserem Online-Handel Heizmann24 auch weltweit. Trotz moderner und optimierter Abläufe verlieren wir die Nähe zu unseren Kunden nicht und stehen ihn persönlich, telefonisch oder per E-Mail mit Rat und Tat zur Seite. Wir arbeiten schnell und trotzdem sorgfältig. Wir verstehen etwas von unserem Handwerk und entwickeln uns stets weiter. Wir arbeiten zuverlässig und sind mit Freude dabei. Wir vereinen modernstes Design und Produkte aus der Natur. Unser Antrieb ist es, dass sich der Kunde von Anfang an wohlfühlt. Wirlden Boge mit diesem Typ. Wir padawcah.